Hallihallo Freaks, willkommen zu einer weiteren Let's Play von mir, Sulfa zum Spiel, Team Kratos 2. Ich meine natürlich Schadensrezept, aber ich bin natürlich wie immer blöd. Naja, who cares. Auf jeden Fall, heutiges Schadensrezept erstmal von einem nervigen Typ, der erstmal seine Demo-Man-Stick ist wegmacht. Hahaha. Ne, das heutige Schadensrezept besteht aus Rettungsranger, Kurzschluss und dem Sentry-Werfer. Ein Beutel ausgeteilt, dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich was heißt, aber Megusta-Belatta. Sorda-Deska. Sorda-Deska. Bla, 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 bla. Nehmen wir die Punkt ein bei A. Einfach gesagt, hat's getan jetzt gerade im Moment. Oh, come on. Ah, schade. Auf jeden Fall, das Schadensrezept ist von Whitestar-P. Ähm, der Whitestar mit dem P. Hahaha. Hahaha. Keine Ahnung. Ne, auf jeden Fall, ähm, hatte ich ja bereits auch in dem, das wurde auch unter dem Engie-Video gepostet, also unter dem Engie, ähm, unter dem Engie-Schadensrezept, dementsprechend, weil ich das ja auch schon erwähnt hatte, hat mir da jemand wohl einen kleinen Gefallen getan. So oder so, ich liebe den Rettungsranger als Waffe. Ich hab die Waffe schon immer gefeiert. Oh, von unten. Und ich weiß nicht warum, ich mag einfach diese Projektilart von der, von der Waffe. Dementsprechend gefällt mir die Waffe als Großes und Ganzes. So, Medi-Centric, du bist das Einzige vorne. Mach was! Die müsste noch laufen können. Das wäre echt cool. Du musst so ein kleines Gesichtshar. So. Du, 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 du. Wir müssen nach B, nicht nach A. Also habe ich gerade eingenommen. Haha. Fuck. Sehr cool. Alright. Ah! Holy fuck! Nein. Nein. Ah. No! Ah, schade, schade. Im Hand Assisted. Danke, Spoon. Das brauchte ich. Ich musste ihn töten. Ja, ansonsten, allgemein besteht hier, ähm, wie gesagt, ich mag persönlich Rettungsranger und, ähm, Zentriwerfer so oder so schon als Kombination. Ah, that's just plain mean. Ja, also wie gesagt, ich mag das so oder so als Kombination. Einfach, ähm, ja, einfach weil, ich finde, man hat mehr, ähm, wie sagt man das? Mehr Mobilität als mit dem Witwenmacher, in Anführungsstrichen. Nur allerdings kann ich diese Mobilität hier gerade nicht gut zeigen, da ich hier nicht rauskomme. Und mein Team anscheinend der Punkt B, egal, es war alle zu A-Rennen, so gefühlt. Außer die zwei jetzt gerade. Ach, komm. Oh. Das ist doch von hier. Von, 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 ähm, den... Ich weiß, wie, ich weiß, wie du das sind. Mir fällt gerade nur an, wenn du gerade nicht ein. Ah, von hier, von diesen Awesome-Videos, ich weiß nicht mal, ob die so hießen. Da komm schon, ich fahr das auch nicht drauf, schade. Aber ich stelle das mal so seitlich hin, wenn die da rauslaufen. Ja, works. Works just fine. Naja, oder nicht. Oder auch nicht, ein HP. Also, das Set ist vermutlich, ist eigentlich relativ gut. Ich meine, ich habe das auch schon gespielt. Natürlich aber mit, ähm, mit hier, mit, ähm, Pistole anstatt kurz Schluss. Allgemein ist das Problem jetzt gerade... Ich wollte es gerade wegmachen. Ah. Allgemein ist das Problem im Grunde nur, dass, ähm... Oh, das war knapp. Dass auf dieser Map jetzt wohl gerade... Es sich einfach nicht so gut lohnt. In Anführungsstrichen. Wir kommen nämlich nicht gerade voran. Keiner geht zu B hin. Keiner versucht es anscheinend bei B. Weil, guck mal, wo ich jetzt gerade bin. The pirate just doesn't give a fuck. He just walks towards me. Oh, 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 oh. Wie evil. Oh, 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 oh. Jetzt brauche ich allerdings einen Lebenspack. Healthkit? Healthkit? Oh, I'm gonna die. Also, für andere Maps erweist sich das als hundertprozentig besser, weil bereits getestet und erwiesen, zum Beispiel auf Hightower, auf Hightower, oh, oh, Entschuldigung. Also, ich bin auch... Ja, ich bin... Ich muss dazu... Ich bin auch so ein Arsch, der auf Hightower manchmal Minicentrie stellen. Aber nur, wenn ich da schon so eine halbe Stunde gespielt habe. Nur zum Fun. Und nicht von Anfang an. Auch nicht die ganze Zeit. Und seht ihr, wir sind schon alle hier bei C. Und ich muss sagen... Ich muss wirklich sagen... Ich meine, ich kritisiere die Leute jetzt gerade. Mach es aber selbst nicht besser. Ich meine, das ist schon wieder die Doppelmoral, die ich hier gerade führe. Ah, scheiße. Haha, cool. Der hätte nicht den Deadringer draus, weil er mich kurz vorhin noch gehittet hat. Das wäre zu schnell gewesen. Das glaube ich ihm nicht, dass er den Deadringer noch ziehen hätte können. Tja. Wenn nicht der Demo-Wähler hier gewesen ist, würde mich das ankotzen. Hahaha. Nun ja, nun ja. Immerhin noch die Stick ist weggemacht. Er weist sich also, wie man hier sieht, in manchen Situationen da ziemlich cool. Andere Klassen hätte ich da jetzt nichts regeln können. Aber hier eben Dusch. Gott. Alle übersprayen mein Spray. Ihr FNFler. Ihr Freaks. Ich hasse euch. Die mein Spray übersprayen. Warte. Wo führt mich der Teleporter hin? Ich mach es mal anders. So geht es nämlich auch. Advertising. Ich bin schon wieder bei B. Äh, ich meine bei A. Ich wollte noch B. Ich wollte noch B. But certainly no one doesn't give a fuck. Shit. Ne, ich gehe lieber links rum. Oh, fuck. Habe mich einmal getroffen. Nein. Last hope. Hahaha. Da schreibe ich so noch eine XD dahinter. Ähm, ja auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es heute geschah. Das hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wenn ihr eine eigene Idee habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.